Von der Küche aus sehe ich in ein Fenster hinein, das ich in vielen Gedichten beschrieben habe. Mein erster Blick, wenn ich aufstehe, ist in dieses Fenster hinein. Das Fenster vis-à-vis etc. Grüne Kekse, rote Kekse, Kopfsalat, Radieschen, Rosen, und kleine Geisterpflanzen im Flammenschein, zerschlissene braune Turbane, Fensterlumpen, Aquarien und Gitterstäbe und andere Ruinen.